Okay ihr Lieben, es wird Zeit, dass wir hiermit weitermachen und ich weiß, ich kann mich gar nicht oft genug bei euch entschuldigen und ihr könnt es auch gar nicht mehr hören. Ich habe jetzt schon seit über einem Jahr angekündigt, dass wir regelmäßig Buchbesprechungen zu Jurassic Park machen. Was ist daraus geworden? Wir haben elf Parts gemacht, meine ich. Elf Parts seit einem Jahr und dann habe ich das Ganze so ein bisschen einschlafen lassen. Allerdings kamen mir von euch immer wieder Nachrichten in die Kommentare reingespült oder eben auch einfach in die Instagram Nachrichten. Ey Tobi, sag mal hast du vergessen? Die Buchbesprechung war eigentlich ganz cool gewesen, können wir da mal weitermachen? Das machen wir jetzt. Ich habe mir das Buch Jurassic Park oder wie es im Deutschen eigentlich heißt Dino Park geschnappt und das nächste Kapitel für euch gelesen. Über das nächste Kapitel mit der Überschrift Dino Park quatschen wir jetzt auch hier im Video. Ganz wichtig, wenn du hier neu auf dem Kanal sein solltest, ich habe dir da oben mal die Playlist verlinkt oder auch für alle anderen. Da könnt ihr alle anderen Parts der Buchbesprechung nachholen. Wie gesagt, die sind auch schon ein bisschen älter. Da habe ich noch in der Wohnung gewohnt, meine ich. Aber trotz allem sind die immer noch aktuell. Das Buch verändert sich ja nicht und wir reden jetzt hier über das nächste Kapitel Dino Park. In diesem Sinne viel Spaß. Okay ihr Lieben, ich muss sagen, ich habe meinen Spaß gehabt, mich da wieder ein bisschen reinzulesen. Ich habe tatsächlich bereut, dass ich die ganze Nummer so auf Eis gelegt hatte, weil das eigentlich ein sehr cooles Format ist. Ihr habt Spaß damit, ich habe Spaß damit, wir können über Dinge diskutieren. Denn das sollte man nicht einfach so wegschmeißen. Deswegen werde ich jetzt einfach einen neuen Versuch starten und die Sache hier regelmäßig veröffentlichen. Das ist an sich eigentlich gar nicht mal so schwer, weil die Kapitel auch nicht wirklich lang sind. Einen großen Rückblick, was davor passiert ist, müssen wir allerdings jetzt nicht machen. Wie gesagt, ihr habt da oben die gesamte Playlist zur Buchbesprechung. Holt die einfach nach, wenn ihr es nicht mehr wissen solltet oder wenn ihr neu auf dem Kanal sein solltet. Ansonsten beginnen wir jetzt mit Dino Park, denn unsere Helden sind jetzt endlich, endlich nach all der Zeit, nach elf Parts im Jurassic Park angekommen. Beziehungsweise waren die das schon ein Part davor, aber jetzt geht es erst so richtig los. In diesem Part hier bekommen wir so ein paar Sachen mit. Unter anderem muss ich auch sagen, ich muss eine Sache, eine meiner Aussagen revidieren. Eine Sache, die ich immer wieder in Bezug auf Jurassic World sage, ist die, dass der Jurassic World Park einfach ultra fahrlässig gewesen ist bei allen möglichen Dingen. Sei es bei Sicherheit, sei es bei diesen komischen Gyrosphären, die gegen Dinosaurier fahren können, sei es bei der Seilbahn aus Jurassic World Camp Cretaceous, die einfach nicht so hoch gebaut ist wie der höchste Dinosaurier, was schlecht ist, weil das kann zu Kollisionen führen und damit eben auch einfach zum Tod. Der Jurassic Park im Film mag diese Fehler vielleicht nicht aufgewiesen haben. Der Jurassic Park im Buch, der ist krass. Das ist, also das ist wirklich krass. Ich habe mir beim Lesen nur gedacht, so okay, das ist, John Hammond ist quasi ein zu groß gewordenes Kind oder ein zu schnell gealtertes Kind, der sich einfach hingesetzt hat und einen Baukasten an Dingen in diesem Park gesetzt hat, die so nicht da reingehören. Wir reden da gleich genauer drüber, aber so als Stichpunkt einfach nur. Giftige Pflanzen, Kinder können sterben, wenn die an den Pflanzen Luft holen. So Dinge eben einfach. Naja, wir befinden uns jetzt auf jeden Fall im Jurassic Park selber. Was mir davor schon aufgefallen ist, im Part davor, wird jetzt hier nochmal ein bisschen mehr unterstrichen, Der Jurassic Park im Buch ähnelt nicht dem im Film. Das wird tatsächlich sehr gut beschrieben, was aber okay ist, weil dadurch hat man einen Wiederleswert, wenn man die Filme auch schon kennt. Der Jurassic Park im Buch wird mehr beschrieben wie eine wirklich altmodische, prähistorische Vorstellung der damaligen Zeit. Quasi, ich muss an die 80er denken. Eine 80er Jahre Vorstellung eines Parks mit Dinosauriern. Hier wird sehr viel beschrieben von dampfenden Sümpfen oder eben auch sehr tropischen Pflanzen. Jetzt nicht so wie im Film, sondern wirklich alles komplett zugewuchert. Und ich muss an diese eine Serie denken. Die nennt sich Ein Land der Dinosaurier oder so ähnlich. Ebenfalls eine 80er Jahre Serie. So stellt man sich den Jurassic Park vor, wenn man das hier so sieht. Mit Gebäuden zum Teil aus Holz, wie gesagt, gewaltigen Wasserfällen und diesem Nebel, der überall liegt. Dieser Nebel wird ganz oft betont, wenn dann da die Köpfe der verschiedenen Dinosaurier sich aus dem Nebel erheben. Und auch der Helikopter musste ja durch so eine Nebelwand hindurch auf dem Platz landen. Und dieser ganze prähistorische Look, dieses Feeling, wird hier sehr, sehr stark weiter fortgeführt. Wir nennen es einfach mal das Feuerstein-Feeling. Finde ich eine sehr coole Sache. Der Park fühlt sich hier einfach an, als wäre er aus einer anderen Welt. Das trifft es, glaube ich, am besten. Als hätte man wirklich durch diesen Nebelschwarten hindurch eine neue Welt betreten. Und ich weiß auch gar nicht, wie das wäre, wenn ich das Buch gelesen hätte, bevor ich den Film gesehen hätte, ob das nicht so eine Theorie wäre. Dass ich gesagt hätte, okay, meine Theorie ist einfach, die sind durch diese Nebelwand durchgegangen, durchgeflogen und dann haben sie irgendwie eine Zeitreise gemacht oder ähnliches. Und naja, Alan Grant ist weiterhin extrem fasziniert von der ganzen Nummer. Er läuft durch einen Tunnel, der mit herunterhängenden Palmen beschrieben wird. Und naja, er überlegt sich, dass er gerade so fasziniert von der ganzen Geschichte ist, dass er es irgendwie noch nicht ganz glauben kann. Er sagt, er muss die Tiere jetzt anfassen. Er muss die Pfoten von denen hochheben. Er muss die untersuchen. Er muss einfach jetzt Dinge herausfinden. Unter anderem aber auch, um festzustellen, ob Theorien, die Paläontologen haben, tatsächlich auch ins Schwarze treffen. Und was hier interessant ist, es wird eine Kritik ausgesprochen oder keine Kritik. Es wird mehr darauf eingegangen, dass Paläontologie eigentlich gar nicht mal so zuverlässig ist. Tatsächlich ist das ja so ein Ding, dass wir das Verhalten von Dinosauriern und auch das Aussehen nur sehr theoretisch erahnen können. Es gibt bestimmte Dinge, die wir wissen, dass ein T-Rex zum Beispiel nur zwei Beine hat und keine acht Arme. Solche Dinge wissen wir natürlich. Aber andere Sachen, wie zum Beispiel, ob sie aufrecht gelaufen sind, ob sie warm oder kalt Blüter waren. Das wird ja auch nochmal im Buch genauer angesprochen, dass Grant jetzt einfach weiß, okay, das sind Warmblüter. Die laufen aufrecht und Kaltblüter müssen eben immer sehr nah am Boden sich bewegen. Ebenfalls wird hier auch das Familienverhalten der Tiere angesprochen, was wir aus dem Film erst aus The Lost World Jurassic Park 2 kennen, wo gesagt wird, naja, ganz früher hat man eben einfach gedacht, dass die Tiere wirklich einfach lieblose kalte Echsen gewesen wären. Die haben Eier gelegt, da kamen dann Kinder raus und das war's. Nein, jetzt weiß man aber hier, dass auch die einfach liebevolle Eltern sein können. Das haben wir jetzt hier im Kapitel auch erfahren. Im Film wurde das dann ja erst später in The Lost World Jurassic Park 2 mit eingebaut. Und so lässt sich Grant sehr von der Nummer faszinieren und das machen sie sehr gut, weil auch wir als Leser jetzt hier wieder von diesem Park fasziniert werden. Wir kennen das Phänomen aus dem Film, dass John Hammond es schafft, sowohl die Figuren in der Geschichte als aber auch uns als Zuschauer oder eben in diesem Fall als Leser mit da reinzubringen. Mit in diese Geschichte einzubinden und uns eben zu verkaufen, ey, dieser Park ist eine supergeile Sache, eine neue technologische Errungenschaft, die ihresgleichen sucht. Und ja, genauso wird dieser Park ebenfalls auch aufgebaut. Ihr habt mir in den Kommentaren geschrieben, Tobi, kannst du nicht auch mal ein bisschen mehr auf Ed Reaches eingehen? Denn der hat eine größere Rolle im Buch, jetzt genau in dem Kapitel allerdings nicht. Ich werde auf jeden Fall daran decken, das nächste Mal, wenn Ed hier noch ein paar andere Auftritte bekommen hat. Und ja, so bekommen wir also einen Einblick in sehr viele Vergleiche, die Alan Grant einfach macht im Vergleich zu der Paläontologie und den Theorien, die man hier aufstellen kann. Unter anderem sagt er auch, wir haben halt keine andere Chance, als die Knochenfunde zu nehmen, die wir eben haben und dann das Bestmögliche daraus zu interpretieren und eben zu erforschen. Und der Forscher, der dann eben das nahe anliegendste Ergebnis hat, der bekommt dann meistens einfach den Faktstempel aufgedrückt, muss ich an den Spinosaurus denken, weil der ist ja immer noch sehr, sehr geheimnisvoll und mich würde es auch nicht wundern, wenn der einfach in zwei Jahren rauskommt. Den Spinosaurus gibt es nicht, da ist ein Baryonyx auf einem Dimetrodon eingeschlafen oder irgendwie sowas. Außerdem wird hier auch auf die Geschwindigkeit der Dinosaurier eingegangen und das ist eine Sache, die wusste ich noch gar nicht. Da habe ich was dazu gelernt, dass es wohl so ist, dass Warmblüter generell auf zwei Beinen schnell rennen können. Das können Kaltblüter wohl eher nicht. Das verrät uns zumindest das Buch und Alan Grant geht da halt auf so ein paar Sachen ein, was sehr, sehr interessant ist. Dann kommen wir zu Dr. Ellie Settler. Sie ist natürlich jetzt hier die Pflanzenexpertin. Und was ihr eben auffällt ist, hier sind sehr, sehr viele, sehr schöne Pflanzen. Und ich meine, es war sogar Ed Regis, der auch noch ganz stolz sagt, ja, ja, wir haben darauf geachtet, dass das ja der Jurassic Park ist. Deswegen haben wir hier sehr viele Pflanzen aus dem Jura stehen. Was witzig ist, weil ihr habt keinen einzigen Dinosaurier aus der Jura-Zeit. Ist aber auch vollkommen egal. Die Pflanzen habt ihr auf jeden Fall aus der Jura-Zeit. Und Ellie Settler sagt dann, ja, die sind vielleicht schön, aber die sind halt ultra giftig. Also da stehen dann so Pflanzen rum, wo sie meint, dass die Sporen von diesen Pflanzen derart tödlich sind, dass Kinder daran sterben. Wenn da ein Kind daneben steht und atmet die Sporen ein, wird das Kind sterben an der Pflanze. Und ich dachte mir, okay, es ist krass, dass eine Gruppe von Wissenschaftlern in der Lage ist, Dinosaurier zu erschaffen. Das muss eine unfassbare Masse an intellektuellen, schlauen Wissenschaftlern sein. Und keiner kommt auf die Idee mal zu gucken, ob die Pflanzen vielleicht tödlich sind. Es ist nicht die einzige Pflanze, die tödlich ist. Wir haben später nochmal so einen kleinen Gag in der ganzen Geschichte. Wir bekommen nämlich auch noch eine Sache mit, die uns die Filme ebenfalls vorenthalten haben. Eine Sache, die wir vielleicht endlich im kommenden Jurassic Park Survival-Spiel sehen werden. Nämlich die Hotelanlagen. Die werden jetzt hier auch beschrieben. Es gab schon mal ein Fan-Game, da hat man die auch ein bisschen sehen können. Da waren die auch sehr detailliert nachgebaut, wie sie halt auch dann im Buch beschrieben sind. Und zwar könnt ihr euch hier die verschiedenen Hotelbereiche so vorstellen, wie diese kleinen Häuschen auf den Malediven. Irgendwie musste ich da so dran denken. Es sind also ebenfalls auch aus Holz gebaut und alles sehr tropisch, alles sehr schön. Da ist ein Fernseher mit drin. Das sind einfach Hotelzimmer. Wie man sich das Ganze eben auch vorstellt. Ellie, Ellen und Co. haben natürlich aber Sweeten bekommen. Also die haben da was etwas Luxuriöseres bekommen. Ebenfalls wird hier auch beschrieben, dass da wohl ein Whirlpool war es, meine ich. Oder war es ein normaler Pool? Ist auch egal. Da wird auf jeden Fall beschrieben, dass der wie so ein Infinity Pool aufgebaut ist. Und der läuft dann wie so ein Wasserfall über so einen Berg einfach runter. Das muss halt krass sein. Wenn du dann in diesem Pool drin sitzt und der Berg ist in Richtung der Pflanzenfresse ausgerichtet. Und dann kannst du im Pool einfach deine Cocktails trinken. Und guckst dir dann da unten an, wie Brachiosaurus und Parasaurolophus da langlaufen durch den vernebelten Dschungel. Das stelle ich mir schon wirklich geil vor. Grant zappt dann durch die verschiedenen Fernsehprogramme durch. Und das ist auch so eine ganz coole Geschichte eigentlich, dass diese Fernsehprogramme wohl so ausgerichtet sind, dass du über den TV bestimmte Livecams beobachten kannst. Das heißt, wir haben eine Livecam bei den Veloziraptoren. Die haben auch alle irgendwelche fancy Namen gehabt. Du hast dann irgendwie eine Livecam auch bei allen Dinosauriern eben. Bei allen 15 verschiedenen Sauriervarianten hast du scheinbar so eine Livecam, weil das sind 15 Programme. Deswegen sind es auch dann 15 Livecams. Schätze ich einfach mal. Und die kannst du eben dann hier einfach beobachten. Unter anderem wird hier auch gesagt, dass eine der Camps der Vogelkäfig ist. Ja, hier im Jurassic Park gibt es einen Vogelkäfig mit Tyrannodon. Allerdings kann Grant hier keinen Empfang herstellen zu den verschiedenen Gehegen. Entweder, weil das noch nicht aktiviert ist oder weil Hammond halt sagt, du musst dafür 15 Dollar mehr bezahlen. So wäre das heutzutage mit Netflix und Co. Aber man kann eben über die Camps jetzt hier noch nicht sehen. Plötzlich kommt dann dieser kleine Gag, von dem ich eben gerade gesprochen habe. Ellie kommt einfach in Grants Zimmer oder in Grants kleine Suite rein. Und die beiden unterhalten sich kurz und dann sagt sie einfach, ja das ist so und so, bla bla bla, ist dir das und das aufgefallen. Übrigens die Pflanze hier ist auch giftig. Die stehen in den Hotelzimmern drin, die giftigen Pflanzen. Wir können wirklich mal eine Liste machen, wer inkompetenter war. Jurassic Park oder Jurassic World. Zumindest das ist der Buch Jurassic Park. Das könnte eine ganz witzige Geschichte werden, da einfach mal so Vergleiche anzuziehen. Die stehen überall, sind giftige Pflanzen. Total krass. Ja gut, auf jeden Fall, ihr müsst euch vorstellen, das will ich noch ganz kurz sagen. Ihr müsst euch vorstellen, dass wenn die ganzen Unfälle nicht passiert wären, dann wären die ganzen Investoren vermutlich nicht von John Hammonds Idee abgesprungen. Und Hammond hätte dann nicht den Zwang gehabt, die Leute in den Park zu holen, die den Park absegnen sollen. Ergo hätte dann Ellie überhaupt nicht erst darauf hinweisen können, dass die Pflanzen alle giftig sind. Das ist Glück im Unglück, hätte Hammond den Park einfach geöffnet, ohne ihn nochmal absegnen zu lassen. Das wäre, das wäre krass gewesen. Ihr müsst euch überlegen, ihr kommt in einen Dino-Park und sterbt. Nicht wegen einem Dino, sondern wegen so einem Kraut im Hotelzimmer. Ist schon, das war schon, ist schon krass. Naja, was Ellie und Ellen aber jetzt hier auch noch auffällt, ist eine Sache, die wird später nochmal wichtig werden. Und zwar, die haben ja in einem Kapitel davor Blaupausen von dem Park bekommen. Da konnten sie so ein bisschen gucken, wie das alles aufgebaut ist. Da ist das Hotelareal, da ist das Besucherzentrum, da sind die Gehege von dem, Dinosaurier. War da nicht drauf beschrieben, meine ich, aber die haben halt die Gehege auf jeden Fall gesehen. Und so eine Blaupause, so ein Bauplan, zeigt relativ viele Details. Darauf geht ebenfalls auch Ellie Settler ein und sagt, ist dir mal aufgefallen, dass in diesem Bauplan, dass da keine Rede von diesen Gittern war. Und die zeigt nach oben. Da ist eigentlich so ein Glasdach in diesem Hotelhäuschen. Und dieses Glasdach sollte eigentlich einen, ja, einen freien Himmelblick gewährleisten. Dass man sich fühlt, als würde man im Freien schlafen. Leider nur sind da eben so Gitter davor geknallt worden. Und Grant weist dann darauf hin, dass die Gitter scheinbar erst vor kurzem angebracht wurden. Also die sind wohl noch gar nicht so lange da. Und dann merken sie, dass diese Sicherheitsvorkehrungen, diese nachträglich drangebauten, wohl nicht nur da zu finden sind. Da gibt es wohl noch ein paar andere Spots, wo das aufgefallen ist. Das heißt, John Hammonds und der Jurassic Park rüsten nachträglich auf. Jetzt können wir uns fragen, warum. Die Antwort werden wir wahrscheinlich irgendwo auch schon wissen. Es sind wahrscheinlich noch ein paar Vorfälle geschehen und das Ganze muss jetzt hier aufgerüstet werden. Damit endet dann aber auch dieses Kapitel Dino Park. Ich muss sagen, ich habe gerade jetzt hier wieder in dem Kapitel gemerkt, dass das Buch sich doch sehr stark vom Film abhebt. Sei es von den Beschreibungen her, sei es von den Figuren her oder eben auch von der Tiefe bestimmter Details. Wie zum Beispiel den Park, wie der aufgebaut ist, die Hotelzimmer, die wir nie gesehen haben. Es wird hier auch auf irgendeine Wasserattraktion, wird hier kurz angespielt. Das sind alles Dinge, die finde ich als Jurassic Park Fan unfassbar interessant. Weil uns das immer im Film irgendwie verwehrt wurde. Der eigentliche Park. Was wir im Film gesehen haben, war ein Wildpark mit Dinos. Und der Jurassic Park im Buch ist eigentlich so viel mehr. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung zu diesem Kapitel von Jurassic Park? Das Buch. Schreib es mir in die Kommentare unten rein. Wir machen jetzt auch dann schon sehr, sehr, sehr bald weiter mit dem nächsten Kapitel, das sich nennt Als Dinosaurier die Erde beherrschen. Bis zum nächsten Mal also. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.